... Brauchst du mich nicht direkt anstöhnen? Hey! Als ob ich dich angestöhnt hätte. Weißt du, mich hier so unterstellst, also glücklich. Achso. Warte, wie heißt der Geist? Doch, ist die Ma... Komm zurück. Du kannst es im Journal nachgucken. Ach ja richtig, stimmt. Das haben sie ja mittlerweile geändert. Wo steht denn da nochmal? Überblick, ne? Ja. Dorothy Martin. Irgendwo wurde an die Tür geholt. Dorothy! Dorothy, gib uns ein Zeichen. Das ging schnell. Wo bist du denn? Die Tür wurde angepatscht. Richtig. Bist du hier? Also doch hier hinten. Bist du hier? Kein Orb. Das war glaub ich... Das war glaub ich... Äh, Orb, Orb, Orb. Im Waschraum? Das war glaub ich grade ein Lichtscheiter oder es war einfach nur ohne mit dem Teil hier. Das klingt halt immer so gleich. Hier ist ein Orb. Genau da in der Ecke. Buch liegt. Beweise. Geister Orb. Schreib ins Buch, schreib ins Buch, schreib... Buch, Buch, Buch. Äh. Dieser Stift. Äh. Revenant oder Mare. Oder Mare, wie ihr es ja immer sagt. Bitte was? Wir haben sie nur ab. Nein, Buch. Ich hab's gerade durchgesagt. Buch. Mehrfach. Ach. Wie sich dieser Stift dabei bewegt hat. Bäh. Ach, dann guck mal wo der Knochen ist. Ja. Positiv. Ich glaube Fingerabdrücke gibt der, gibt keiner der beiden Geister. Hallo. Okay. Mare oder Revenant. Mare. Geisterbox. Revenant. Gefriertemperaturen. Äh. Wir bräuchten die Box. Oder Gefriertemperatur. Ich wollte es gerade sagen. Das heißt wir haben einen Revenant. Kerze ist erledigt. Wir brauchen nur noch Zeuge eines Geister-Events und Sanity unter 25. Oh, ich stehe ja beide hier. Hi. Ich nehme noch das zweite Buch mit, das kriegt ja noch mal extra Geld. Doris, hauch mich an. Doris, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen, Doris. Ich habe mal hier noch ein Kreuzchen gelegt, nicht, dass die hier im Flur spawnt. Doris, gib uns ein Zeichen. Ich habe noch eine Lampen ausgemacht, damit es mal ein bisschen schneller geht mit der Sanity. Was? Doris, gib uns ein Zeichen. Doris, zeige dich. Wo bist du? Doris, zeige dich. Ich glaube nicht, dass es die Tür war. Ich hätte fast wieder Zeige uns gesagt, ne? Nein, ich weiß sie nicht. Ja, ich weiß es. Er hat nach... Ich glaube, das war hier die Tür. Nein, das war die hier vorne. Die hat er so bewegt. Zeige dich. Zeige dich. Doris, ich habe schon... Bild. Zeige dir. Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Zeige mir. Haben sie gefixt? Zeige mich. Haben sie gefixt? Zeige... Dir? Gib uns ein Zeichen. Doris, die Martin. Doris, die Martin, zeige dich. Grüß Nancy. Was? Nancy ist gar nicht da. Und? Einfach so... Running Gag. Die arme Nancy. Nicht, dass sie gleich im Raum von Nancy ist. Äh, das wäre jetzt nicht so toll. Doris, zeige dich. Und plötzlich schreibt Nancy dich an, vor wegen... Ah, hier ist aber der Geist in meinem Zimmer. Nein, hier ist doch ein Raum mit Nancy. Nein, ich meine jetzt die echte Nancy. Ich weiß, dass sie an der Kinderraumtour mit Nancy ist. Aber ich meine jetzt tatsächlich die echte Nancy. Zeige dich. Ich stelle das mal vor, Alter. Ich stehe da auf einmal in dem Raum von unserer Nancy... Du kleines hässliches Fitschgesicht. Zeige dich. Eine Refinant. Das wäre... Doris, zeige dich. Zeige dich. Irgendwas wurde umgeschmissen. Ich habe noch die Tür gehört. Doris, zeige dich. Alter Foxy, ganz ehrlich. Wie kannst du in dem Buch überhaupt was erkennen, dass da irgendwas steht? Kannst du das lesen? Hä? Wo? Hier, die Bücher. Ich habe die hier rausgenommen. Wie kannst du das lesen? Kann man doch gar nichts entziffern? Da steht nur Hertz. Jetzt nicht nur Rücken. Okay. Also da steht jetzt, ähm... Hertz. Help me. Leave me now. Someone please. Please. Irgendwas. Wie kannst du das lesen? Please help me. Der zweite Satz. I'm hurt. Steht. Schแrin. Oh. Okay. Wohohohohoho! wir brauchen nur noch das geister event war das kein geister event genug nein nimmst du einmal pillen nicht dass er gleich wieder hantet fox ist noch drin ja wir sind beide draußen und nehmen ein paar pillen dass er nicht so schnell wieder hantet na alles alle dicht genau können wir können baren 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 baren